Hallo, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Jason hier und heute habe ich Four Roses Yellow Label. Also 40%. Wir haben jetzt damit zu tun mit einer Brennerei aus Lawrenceburg, Kentucky. Bitte nicht verwechseln mit Lawrenceburg, Indiana, wo auch Seagram bis heute hin noch Whisky herstellt. Die waren sogar mal zusammen. Das werde ich auch gleich erzählen. Seit 2002 gehört das jetzt schon wieder zur Japaner. Die sind sehr gut dabei, auch dann verschiedene Whisky-Sorten aufzukaufen. Kirin Brewery heißt das. Also gehen wir mal ganz kurz zurück in der Vergangenheit. 1886. Familie Rose hat dann eine Brennerei gegründet. Zwei Jahre später, 1888, hat Paul Jones Jr. auch diese Brennerei aufgekauft. Und es gibt eine tragische Geschichte zu Namen Four Roses. Also nach dieser Legende hat dann dort der Paul Jones Jr. eine Dame, was sein Auge sehr wohl gefallen hat, einen Brief geschrieben und sagte, wenn du unbedingt mit mir auf diesen Tanz gehen möchtest, dann bitte trage eine Rose. Was passierte nach dieser Legende? Sie trug nicht nur eine Rose, sogar vier Rosen am Appell und deshalb Four Roses. Also wir haben jetzt hier damit zu tun mit dem sogenannten Yellow Label. Es gibt auch ein Small Batch. Es gibt ein Single Barrel. Es gibt ein Super Premium, also auch Platinum genannt, was nur in Japan erhältlich ist. Es gibt ein Black Label, was auch nur in Japan erhältlich ist. Naja, japanische Firma. Und es gab sogar 2008 einen sogenannten Marriage Collection. Naja, gut. Okay, was wir hier haben, ist ein Whisky, was geblendet wurde. Also eine Mischung aus zehn verschiedenen Whisky-Sorten. Zwischen fünf und maximal, sagt man, zehn Jahre alt. Also es gibt zwei verschiedene Mischungen hier für eine Getreidemischung. Es gibt eine Mischungssorte, was dann 60% Maismehl hat und dann hat es 35% Roggen und 5% Gerste. Und es gibt eine andere, wo es 75% Mais und nur 20% Roggen und dann 5% Gerste. Da sind jeweils fünf verschiedene Sachen. Also das sind die zwei verschiedene Getreidemischungen. Und aus dieses jeweils gibt es eine unterschiedliche Hefesorte. Das heißt, fünf verschiedene Hefen für den mehr Roggen, fünf verschiedene Hefen mit der weniger Roggen. Und die werden immer zusammen gemixt mit den jeweiligen Altersgruppen aus den Fässern, um genau eben diesen Geschmack jedes Mal auch zu ermöglichen. Es wird geblendet und das ist okay. Das Interessante bei Four Roses ist, dass es nicht ein Hochregalsystem gibt zum Lagern, sondern alles wird dann ebenerdig gemacht. Das ist sehr einfach zum Entladen und Beladen diese Fässern. Naja, gut. Ob das wirklich schon nötig ist, das haben sie schon sehr, sehr, sehr lange gemacht. Also, ich erzählte von der Geschichte, 1886 wurde jetzt hier, Family Rose hat dann diese Brennerei gegründet. Zwei Jahre später, Paul Jones Jr. hat das aufgekauft. Und das Interessante ist, es war der meistverkaufte Bourbon in den Vereinigten Staaten in den 30er Jahren. Das heißt, sogar auch während der Prohibition wurde auch dieses auch aus medizinisches Whisky verkauft. Und Paul Jones damals war ein Mensch, der in Georgia auch Whisky am Anfang gebraut hat, hergestellt hat. Aber in Georgia wurde dann dry, also dort wurde es verboten, Alkohol herzustellen und zu verkaufen. Und deshalb zog er dann mit seiner Familie dann nach Kentucky. Hat diese Zeit auch überlebt. In Frankfurt. Nicht mit F-O-R-T. Nicht Frankfurt. Und hat dann da Whisky gebraut. Diese Whisky wurde sehr stark auch für den Export hergestellt. Das heißt, in Europa und Japan war dann Jim Beam, Jack Daniels und Four Roses bekannt. In den USA war es sogar viele, viele Jahrzehnte sogar nichtmals erhältlich. Also es war regional dort in Kentucky und Indiana. Aber erst 2002 wurde diese Whisky wieder eingeführt in den USA. Nachdem Kinrin Breweries aus Japan das übernommen hat. Auch heute, wenn man da hingeht, auf dieses Kentucky Bourbon Trail, man kann auch ein Gebäude sehen. Diese Gebäude wurde auch benutzt. Nicht ganz am Anfang, 1888, sondern erst später, wahrscheinlich in den 30er, 19 oder 30er Jahren. Denn diese Gebäude hat eine Form von einer spanischen Missionsstation. Also es sieht genau aus wie diese Missionskirchen, die man damals gegründet hat in Mexiko, Texas und so weiter. Und nun fragt man sich, wieso Spanisch in Kentucky? Und das ist wirklich ein Rätsel. Da habe ich nichts daraus finden können, warum ausgerechnet in Kentucky es eine spanische Missionsgemeinde hätte geben sollen, in dem diese Gebäude da drin ist. Auch das, was bisher bei den Historikern zu entdecken ist, hat bisher meine Neugier nicht befriedigt. So, wenn man dieses Bourbon Trail macht, merkt man, dass ganze in der Nähe auch Wild Turkey Distiller ist. Da, da, hier drüben kann man das hinter der Flasche hier sehen. Werde ich eine Frage auch denn mal anschauen. Und, ähm, merkwürdigerweise sind die Lagerhäuser von Wild Turkey direkt neben dem Herstellungsgebäude von Four Roses. Also Four Roses hat ihre Lagerstätte fast 20 Minuten Autofahrt entfernt. Warum, warum, weshalb und so weiter ist das denn so. Gut, Four Roses am Yellow Label hat schon verschiedene, ähm, Preise gewonnen. Also nicht nur Four Roses selbst, was Distillery of the Year 2011, 12 und 13 war. Was echt, wow. Sondern auch 2014 hat es ein Gold Medal gewonnen. Sowohl in San Francisco als auch Denver. So, ähm, ich würde gerne jetzt das Tasten wollen. Ja, wir probieren mal. Schaubverschluss. Naja, billig. Also sogar auch die 1 Liter Flasche hier. Ich habe keine 20 Euro dafür bezahlt, Leute. Ja, also ich kann nicht an meinen Schaubverschluss richtig gut ran riechen. Obwohl, hm, bisschen schon. Habe ich nicht, haha, erwartet. Gut. Okay. Schrauben wir wieder hier zu. Stellen wir wieder hier oben hin, damit man das so sehen kann. Wunderbar. Kann man gut entdecken. Ja, also meine Nase erstmal ein bisschen Alkohol. Wir machen wiederum hier unsere Test. Also Bourbon immer von Farbe her. Sehr, sehr schön. Das, was passiert, wenn diese hellen Eichen, amerikanische Eichenfässern denn da, zwischen 5 und 10 Jahre lagert. Wahrscheinlich eher sind das 5 bis 6 Jahre. Also ganz selten benutzt man hier ein 8-jähriges. Also wenn ich dann rieche, erst einmal fruchtig. Ein bisschen Eiche. Ein bisschen Karamell. Also wenn man verschiedene Leute sieht, wie sie auch daran riechen. Es gibt die unterschiedliche, hm, ich sag mal, herangehenweisen. Die eine geht erst mal links. Bis nach rechts. Ich habe viele Videos gesehen und sag, oh links kann man besser oder anders erkennen aus rechts. Andere ist zum Beispiel der Whisky. Ähm. Ähm, Aund, ich glaube es ist. Der eine, der macht immer durch den Mund auch mit. Und damit, ähm, versucht er dann durch Nase und Mund gleichzeitig das einzuatmen. Und ich habe meine Probleme damit. Aber, ähm, angenehm. Also, ähm, sehr gut. Übrigens, ähm, man merkt, ich habe schon ein bisschen was davon in den letzten Monat probiert. Auch mit Freuden zusammen. Und, ähm, schmeckt. Also, mir schmeckt es echt. Einen richtig netten Bourbon. Für den Preis-Leistungs kann ich sehr, sehr empfehlen. Also, ähm, wenn ich hier vergleiche mit einem irischen Whisky. Also für mich meiner go-to Irish Whisky ist, ähm, Patty. Und wenn ich jetzt hier eine billige, ähm, wo es nicht zu viel kostet, natürlich ein billiger go-to, ähm, American Bourbon habe, ist es oft auch, ähm, Four Roses Yellow Label. Ja, okay. Mh. Am Ende Pfeffer. Am Anfang entfalten sie sich sehr schön. Ein bisschen fruchtig. Ein bisschen süß. Ein bisschen Honig. Also vom Abgang muss ich sagen, das ist da, nicht mächtig. Jetzt kommt diese Süße mit da durch. Man könnte sagen auch vielleicht ein bisschen Bären. Also nicht, ähm, Johannesbären, sondern eher Waldbären. Also eher dieses, ähm, ja, Himbeeren und Brom-Bombeeren ein bisschen, muss ich sagen. Also nicht viel, aber ein bisschen ist dann da. Eiche kommt durch. Also sehr angenehm auf der Zunge. Bis vorne im Mund, ähm, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Alkohol merkt man schon. Aber es brennt nicht. Es überwältigt nicht diesen Alkohol. Es ist auch nur 40%, ja. Also es ist nicht jetzt hier wie manche 50% oder so weiter. Und, äh, wir werden auch, werde ich nachher auch ein Small Batch mal probieren. Wo es 55% oder ein Single Barrel, wo es bis zu sogar, einmal sogar 60 dann hoch geht. Ähm, ganz was anderes. Es ist nur 40%, ja. Also das Minimum, was es sein muss, um hier gut aus Whisky durchzugehen. Ein zweites Mal wirklich gerne riechen und probieren. Also Distillery of the Year 2011, 12 und 13. Nicht schlecht. Gold Medal, San Francisco, November, und auch, ähm, San Francisco und Denver. Mhm. 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 Diesmal habe ich deutlich mehr Frucht. Also ich könnte sogar Fass, Birne, Apfel erkennen. Honig ist eindeutig da. Gewürz. Angenehm. Ich muss einfach sagen, angenehm. Also auch wenn ich hier schaue mal, ähm, ich weiß nicht, ob wir die Läufer sehen können da. Also, ein richtig schöner, netter, billiger Bourbon. Was schmeckt? Was will man noch mehr? Alltags Bourbon. Also wenn man nicht viel Geld ausgeben möchte, jemand da erstmal ein Bourbon hinstellen möchte. Four Roses Yellow Label. Whisky aus der Sicht eines Mercaners. Bis demnächst. Copyright Untertitelungsẩn Turkey Untertitelung des ZDF, 2020